Also eigentlich sind wir ja mittendrin beim neuen Album, aber Amnesty International haben gefragt, ob wir auf einer Preisverleihung spielen würden und sind wir jetzt gerade dabei, ein bisschen was rumzuprobieren und gibt es ein ganz reduziert, eine Piano, 6-händig ist der Plan und einstimmig. Zum Beispiel, wenn ich anfange, schlimmer als heute kann es einfach nicht mehr werden. Wir singen den Satz zusammen. Nur so Gedanken. Komm, wir fangen einfach mal an. Wir hören uns mal an, wie es ist. Ich habe übrigens, also ich habe eben speziell so viele Sachen an, weil es kalt ist, aber uns ein Probe. Wo kommt die Analyse her? Dann mach ich die Tür auf und bin mitten drin geh und erleide, was mich bezwingt. Soll ich mal probieren, auf und dummer zu singen? Ich frage mich ehrlich gesagt, ob es aber nicht trotzdem allen helfen würde, wenn wir eine Art von Beat hätten. Aber hol mal hierher, damit wir das hier gut hören. Ich helfe dir. Eins, zwei, drei, vier. Ich sing ein Lied, den ich mich anvertraut. Ein Glück, diesen Tisch, lauf ich fast wieder nass. Ich trau ein Kompliment von einer anderen Frau. Ein Glück, diesen Trick, glaub ich fast wieder nass. Ein Glück, diesen Trick, ein Glück, ein Glück, ein Glück, ein Glück, ein Trick. Komm, wir lassen mal sacken. Okay. Okay, ihr Lieben, das sind jetzt die Generalproben für heute Abend. MST, zwei spezielle Varianten. Viel Spaß. protein, den es mitmachen libres, den es ist ein Kaffee qualité, und jf. von einer anderen Frau. Amen.